Der Bibelabschnitt, den wir vor uns haben, ist etwas lang, aber um des Zusammenhangs willen werde ich alle Verse lesen. Es ist hier in Apostelgeschichte Kapitel 15 die Rede von dem Apostelkonzil und da müssen wir schon den Zusammenhang sehen. Ich lese von Vers 1 bis Vers 21 aus Apostelgeschichte Kapitel 15 nach einer modernen Übersetzung. Nun kamen einige Christen aus Judäa nach Antiochia und erklärten den Brüdern, ihr könnt nicht gerettet werden, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, wie es das Gesetz Moses vorschreibt. Mit dieser Forderung riefen sie eine große Unruhe in der Gemeinde hervor und Paulus und Barnabas hatten eine heftige Auseinandersetzung mit ihnen. Schließlich wurde beschlossen, die beiden sollten mit einigen Christen aus Antiochia nach Jerusalem gehen und den Aposteln und Gemeindevorstehern die Streitfrage vorlegen. Paulus und Barnabas wurden von der Gemeinde feierlich verabschiedet. Sie zogen durch Phönizien und Samarien und erzählten überall, wie auch die Nichtjuden Jesus als ihren Herrn angenommen hatten. Darüber freuten sich alle Brüder. Bei der Ankunft in Jerusalem wurden Paulus und Barnabas von der versammelten Gemeinde, den Aposteln und den Gemeindevorstehern herzlich begrüßt. Sie berichteten ihnen, was Gott durch sie unter den Nichtjuden getan hatte. Aber einige Pharisäer, die Christen geworden waren, meldeten Bedenken an. Man muss sie beschneiden, sagten sie, und von ihnen fordern, dass sie das Gesetz Moses befolgen. Die Apostel und die Gemeindevorsteher traten zusammen, um vor der gesamten Gemeinde die Frage zu erörtern. Nach einer langen Diskussion stand Petrus auf und sagte, liebe Brüder, wie ihr wisst, hat Gott mich als einen, der euren, schon vor langer Zeit dazu ausersehen, dass Menschen aus anderen Völkern durch mich die gute Nachricht hören und Jesus als ihren Herrn annehmen. Und Gott, der die Herzen aller Menschen kennt, hat bestätigt, dass auch die Nichtjuden dessen würdig sind, denn er hat ihnen genauso seinen Geist gegeben wie uns. Durch den Glauben hat er sie im Innersten reingemacht. Dadurch hat er den Unterschied zwischen ihnen und uns Juden beseitigt. Warum fordert ihr nun Gott heraus und legt ihnen eine Last auf, die weder unsere Vorfahren noch wir selbst tragen konnten? Wir selbst sind doch genau wie sie darauf angewiesen, dass wir durch das Vertrauen auf die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Aus der ganzen Versammlung kam kein Wort des Widerspruchs und alle hörten aufmerksam zu, als Paulus und Barnabas von den wunderbaren Taten berichteten, die sie mit Gottes Hilfe unter den Nichtjuden vollbracht hatten. Als sie beiden geendet hatten, stand Jakobus auf und sagte, hört mir zu, liebe Brüder, Simon hat uns erzählt, wie Gott selbst eingegriffen hat, um sich aus den Nichtjuden ein Volk zu sammeln, das ihn ehrt. Das stimmt mit den Worten der Propheten überein, denn dort heißt es, danach will ich mich euch zuwenden, sagt der Herr, und das zerfallene Haus Davids wieder aufbauen. Aus den Trümmern will ich es von Neuem errichten, damit auch die übrigen Menschen nach mir fragen, alle Völker, die ich zu meinem Eigentum erklärt habe. Ich, der Herr, werde tun, was ich seit Urzeiten beschlossen habe. Darum bin ich der Ansicht, wir sollten die Menschen aus anderen Völkern, die sich Gott zuwenden, nicht mit dem ganzen jüdischen Gesetz belasten. Wir wollen ihnen nur vorschreiben, dass sie kein Fleisch von Tieren essen, die als Opfer für die Götzen geschlachtet worden sind, denn es ist unrein. Weiter sollen sie sich vor Blutschande hüten, kein Fleisch von erwirkten Tieren und kein Tier Blut genießen. Diese Vorschriften Moses sind seit alten Zeiten in jeder Stadt bekannt, denn sie werden jeden Sabbat überall in den Synagogen vorgelesen. Soweit der heutige Bibelabschnitt. Und gleich sprechen wir weiter über dieses erste Apostelkonzil. Heute kommen wir in unserem Studium der Apostelgeschichte an ein ganz schweres Problem. Ich habe wirklich ein bisschen Angst, auf diese Sachen einzugehen oder sie aufzurollen. Einmal setze Diskussionen nehmen dieses Thema schon ein wenig Bibelkenntnis und Heilsverständnis voraus und zum anderen kann die Sache leicht missverstanden werden. Trotzdem wollen wir dieses Kapitel nicht überschlagen und vielleicht hast du schon selbst einmal Probleme mit diesen Dingen gehabt, die in dem Text heute angeschnitten werden. Der ganze Sachverhalt ist schnell geschildert. Wir nennen das, was hier geschieht, das erste Apostelkonzil in Jerusalem. Und die Frage, um die es ging, war einfach die Frage, ob die Christen auch noch das Gesetz des Mose beachten sollten oder nicht. Auf den ersten Blick scheint das gar kein Problem zu sein. Aber schauen wir uns die Diskussion einmal näher an. Da war erstens der Anlass. Wie kam es dazu, dass diese Dinge diskutiert wurden? Antiochia in Syrien war die Heimatgemeinde der beiden Missionare Paulus und Barnabas. Von hier aus waren sie zu ihrer ersten Missionsreise ausgesandt worden. Diese Gemeinde hatte sie im Gebet getragen und begleitet und hier gaben die beiden Missionare auch wieder ihren ersten Reisebericht. Dann blieben sie für längere Zeit in Antiochia und wahrscheinlich predigten sie dort dann regelmäßig in den Gemeindeversammlungen, hielten Bibelstunden, machten Hausbesuche und was immer so die Aufgaben eines Seelsorgers und Gemeindeleiters sind. Alles lief gut und harmonisch, bis seines Tages Besuch in die Gemeinde kam. Ein paar Christen aus Judäa, aus der Gegend um Jerusalem. Es waren Leute, die sich vom Judentum zu Christus bekehrt hatten. Sie hielten sich für einige Zeiten der Gemeinde auf und stifteten mit ihren Aussagen eine große Aufregung unter den jungen Christen an. Sie sagten nämlich ganz klar und bestimmt, ihr müsst euch alle nach dem Gesetz des Mose beschneiden lassen, sonst könnt ihr nicht gerettet werden. Das war nun etwas ganz anderes, als was Paulus und Barnabas ihnen erzählt hatten. Die hatten gesagt, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet. Was stimmte nun? Mussten sich jetzt erst alle Männer dem schmerzhaften, peinlichen Prozess der Beschneidung unterziehen? Paulus und Barnabas, ihre geistlichen Väter, behärten darauf, dass das nicht nötig sei. Die Besucher dagegen schlugen die Bibel auf und zeigten es den Gemeindegliedern schwarz auf Weiß. Was sollte man nun tun? Grundsätzlich waren einige bereit, auf diese Forderung einzugehen. Sie wollten ihrem Herrn nicht ungehorsam sein. Andere sagten, nein, das ist eine Grundsatzfrage. Entweder wir werden gerettet durch den Glauben an Jesus Christus oder durch die Beschneidung. Das wollen wir jetzt erst einmal geklärt haben. Außerdem geht es ja nicht nur um die Beschneidung, sondern um das ganze Gesetz Mose. Wenn wir eine Ordnung halten, dann müssen wir sie auch alle halten. Das war also das Problem, um welches es hier ging. Nun müssen wir aber doch etwas zurückblenden und den Hintergrund sehen. Hast du schon einmal das Alte Testament gelesen? Für viele ist dieser Teil der Bibel sehr schwer verständlich. Sie wissen gar nicht, worum es da geht und was sie damit anfangen sollen. Mir ging es auch so. Dann habe ich mich aber einmal dran gemacht und Bücher gewälzt und Erklärungen und Antworten gesucht. Heute liebe ich das Alte Testament mehr als das Neue. Nun sagen wir einmal, du fängst im zweiten Buch Mose an zu lesen. Da findest du zuerst interessante Berichte vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Dann ab Kapitel 20 geht es mit den Gesetzen los. Zuerst kommen die zehn Gebote und dann noch viele andere Gesetze, die das Zusammenleben der Israeliten regeln, die festlegen, was die Leute essen dürfen und was unreine Tiere sind, die sie nicht anrühren durften. Dann sind da Gesetze, die das Strafmaß für bestimmte Handlungen regeln und später im dritten Mose mehr und mehr Gesetze über die Opfer und den ganzen Gottesdienst, über Aussatz und vieles mehr. Um die meisten Gesetze kümmern wir uns heute gar nicht mehr, obwohl wir behaupten, die Bibel sei Gottes Wort und man müsse ihr gehorchen. Sie sei der Maßstab für unser Leben. Wenn wir jedoch anfangen würden, nach diesen Gesetzen und Regeln zu leben, dann würde sich vieles bei uns ändern. Ich meine ganz praktische Dinge, wie unsere Mahlzeiten, unsere Kleidung, die Wohnungseinrichtung, der Tagesablauf und vieles mehr. Wir würden praktisch die jüdische Religion und Sitten übernehmen. Genau das ist die Frage. Müssen wir Juden werden, um Christen werden zu können? Oder sind das zwei verschiedene Dinge? Wenn es aber zwei verschiedene Dinge sind, wozu dann die ganzen Gesetze? Was sollen wir damit machen? Das ist schon eine schwere Frage und die Antwort ist nicht so leicht, wie du denkst. Viele Christen meinen heute einfach, das Alte Testament geht uns gar nichts mehr an. Wir brauchen es nicht zu lesen und um die vielen Gesetze brauchen wir uns gar nicht zu kümmern. Aber das stimmt so auch wieder nicht. Nun, wieso die Diskussion und die Meinungen in der Gemeinde in Antiochia hin und her gingen und man keine Einigung erzielen konnte, schlug einer vor, man sollte doch einmal die anderen Apostel in Jerusalem fragen. Dieser Vorschlag wurde von allen einstimmig angenommen und Barnabas und Paulus und einige andere Brüder wurden mit diesem Problem zur nächsthöheren Instanz gesandt. In Jerusalem wohnten nämlich die Leute, die Jesus noch persönlich gekannt hatten. Und nun kommen wir zur nächsthöheren Instanz. Kaum hatten die Gesandten in der Gemeinde in Jerusalem von ihren Erlebnissen erzählt und davon berichtet, wie sich die Griechen zu Jesus bekehrt haben, als das Problem schon wieder angeschnitten wurde. In der Versammlung waren einige Ex-Pharisäer, die Christen geworden waren und auch sie sagten gleich, man muss sie beschneiden und von ihnen fordern, dass sie das ganze Gesetz Mose befolgen. Bums. Nun entbrannte die ganze Diskussion erneut in Jerusalem. Ich möchte diese Ex-Pharisäer gar nicht einmal beschuldigen. Ich glaube, sie haben es mit ihrem Christentum sehr ernst genommen. Sie wollten wirklich alles tun, was Gott von uns fordert. Grundsätzlich ist diese Einstellung sehr lobenswert. Und ich wünschte manchmal mehr Christen hätten dieses Verlangen und diesen Ernst, die Gebote Gottes zu befolgen. Viele machen es sich zu leicht. Es fängt mit der Gleichgültigkeit an. Man sagt sich, ach, Jesus hat mich gerettet, wir leben nicht mehr unter dem Gesetz. Und damit interessiert man sich auch nicht weiter für den Willen Gottes. Das heißt noch nicht, dass man ein schlechter Mensch geworden ist. Man hat vielleicht noch seinen Standard, aber doch, man ist lau und gleichgültig und ein bisschen liberal den Geboten Gottes gegenüber. Also ich will Leute gar nicht verurteilen, die es sehr genau nehmen mit dem Gesetz Gottes und die fordern, dass man alle Gebote auch ernsthaft einhalten soll. Und ich möchte auch denen nicht zum Munde reden, die glauben, dass man das alles nicht so ernst nehmen braucht. Jesus hat uns errettet und das ist genug, mehr brauchen wir nicht zu wissen. Der erste Schritt ist nämlich, dass man dann gleichgültig den Geboten Gottes gegenüber wird. Der nächste Schritt ist dann, dass man in Unmoral lebt, nicht nur auf sexuellem Gebiet, sondern auch im Beruf und anderen Lebensbereichen. Man nimmt es mit der Wahrheit nicht genau, macht Versprechungen und hält sie nicht, veruntreut und so weiter. Alle diese Sünden entschuldigt man dann, indem man sagt, was willst du denn, wir Christen haben ja die Freiheit, wir leben nicht mehr unter dem Gesetz. Zum Schluss kann man auch noch regelrecht Verbrechen, Gewaltanwendung und schlimmere Dinge damit entschuldigen, dass wir heute nicht mehr unter dem Gesetz leben. Man kann über die armen, braven Christen lächeln, die in ihrer Gesetzlichkeit die wahre Freiheit nicht verstanden haben. Aber das ist eine Irrlehre. So weit geht es nun doch nicht mit der christlichen Freiheit. Das ist ein Zerrbild und eine böswillige Entstellung. Dafür müssen wir uns hüten. Auf der anderen Seite ist aber auch wahr, dass man die Gesetzlichkeit übertreiben kann. Das geschieht, wenn man sich an Traditionen und äußere Formen hält, aber wirklich keine Liebe und kein Verhältnis zu Jesus hat. Dann erstarrt das Christentum in Äußerlichkeiten, im Befolgen von Regeln und Gesetzen. Das war ja früher bei den Pharisäern so. Sie hielten äußerlich alle Gesetze, aber innerlich waren sie kalt, voll Stolz, Hass und Unverständnis. Die Frage, die wir uns als Christen immer wieder zu stellen haben, ist diese. Wie weit geht meine Freiheit? Wo sind die Grenzen? Wo muss ich Gottes Gesetz buchstäblich befolgen und erfüllen? Und wo ist Gott mehr interessiert an meiner inneren Einstellung zu ihm? Dieses ganze Problem wurde nicht nur in der Gemeinde in Jerusalem erörtert, sondern die Apostel und Ältesten debattierten es öffentlich vor der Versammlung. Am Schluss stand Petrus auf und gab sein Urteil. Petrus war zwar nicht der Stellvertreter Jesu auf Erden, aber doch galt er als eine Autorität. Er kannte Jesus und war von Gott im Dienst bestätigt worden. Nun sehen wir noch das Urteil des Petrus. Petrus vertritt in seiner Verteidigungsrede den Standpunkt, dass man von den Heidenchristen nicht die Beschneidung und das Einhalten des ganzen mosaischen Gesetzes verlangen sollte. Seine Argumente sind folgende. Gott hat auch den Nichtjuden, die an Jesus glauben, den Heiligen Geist gegeben. Das ist ein Zeichen dafür, dass er sie auch im Innersten reingemacht und sie angenommen hat. Zum anderen verlangen wir von den Heiden, das ganze Gesetz zu halten, wenn wir Juden es selber nie ganz gehalten haben. Auch wir sind auf die Gnade Jesu angewiesen und weder die Heiden noch wir Juden können durch das Halten des Gesetzes gerettet werden. Und dann heißt es weiter im biblischen Bericht, aus der ganzen Versammlung kam kein Widerspruch. Paulus und Barnabas berichteten noch einmal, was sie erlebt hatten unter den Heiden. Und schließlich erhob sich noch Jakobus, um die Gedanken des Petrus zu unterstützen, und er fängt die Worte der Propheten Amos und Jesaja auf. Die bestätigen, dass Gott auch Menschen erretten wird, die Nichtjuden sind. Und so kam die Versammlung zur Ruhe und man verstand, dass man wohl die Gesetze Gottes beachten sollte, aber dass Judentum und Christentum doch zwei verschiedene Dinge sind. Man braucht nicht erst Jude zu werden, um dann ein Christ werden zu können. Durch dieses Resultat wurde die Bedeutung der Tat Jesu Christi zu unserer Erlösung noch einmal sehr gestärkt. Jesus ist der einzige Retter. Das dürfen wir nie vergessen. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir für deinen Tod am Kreuz zu unserer Erlösung. Aus Gnaden hast du uns gerettet. Hilf uns nun, diese schwierige Frage recht zu beantworten, wo wir gebunden sind an dein Gesetz und deinen Willen und wie weit wir als Christen frei sind. Amen.